The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen We Love Football und Allianz Versicherungen. Die 69 Ausgabe der Soccer Lounge, grüssen wir daran, einen schönen Mändigabend zwischen 7 und 8, 10 und 10, der Soccer Lounge hoffentlich in jedem Fußballfan, Herzen und in jeder Agenda Rob angestrichen ist. Wir reden über eine Partie, die vielleicht eine Statistik brechen lässt. Der Grassoberklub Zürich hat zu Hause immer gewonnen, auswärts immer verloren. Vielleicht war die erste Heimniederlage am Wochenende, wir reden nämlich über die Partie GC gegen FC Basel. All dazu brauchen wir selbstverständlich ein Line-Up. So sieht unsere Stadtformation aus. Von GC, Haris Tabakowitsch, der bei uns in der Runde sitzen wird, genauso wie der Sportchef der Basel-Zeitung Marcel Rohr. Und der ehemalige Fussballspielwitzenspielberater Gaetano Cialanza. Er sitzt genauso in der Runde auf einem Stil, in dem Marco Wucci am Vorwärmen ist. Das ist eigentlich ein gutes Service. Das habe ich nie so überlegt, aber das stimmt. Sie sagen aber noch, uh, warm. Aber jetzt machen wir so, dass ich alle 30 Minuten noch wechsle, dass alle ein warmes Wüttchen haben. Jetzt haben wir immer gewonnen, auswärts immer verloren. Mhm. Du hast gesagt, nein. Es könnte sein. Es könnte sein, dass eine Serie bricht. Es könnte sein. Wir wollen nicht nur eine Serie brechen lassen, nein, das wollen wir natürlich nicht. Der Besser soll gewinnen. Das ist ja so. Wo ist die Floskel? Der Besser soll gewinnen. So, hier ein Trikot vor mir. Ja. Genau, vom Herrn Tabakowitsch, den er uns mitgebracht hat. Halb gewaschen. Halb gewaschen. Aber das riecht noch nach Fussball, das ist für mich noch besser. Letzte Woche hatten wir nichts. Diese Woche dafür ein Trikot von GC. Ihr könnt das gewinnen, wenn ihr auf unsere Facebookseite den Sockenlatsch gewinnt. Wir werden dort das Bild von Horris rausholen, wie es sein Trikot hat. Wenn ihr das Bild und unsere Seite likt, dann sind wir im Lostopf. Und schon bald habt ihr vielleicht das Trikot zu Hause. Viel Glück schon mal an dieser Stelle. Der Heukümper ist also drauf und innen drin. Das ist original, oder? Aber es riecht schon etwas streng, oder? Das ist gut. Das finde ich gut. So, wir wollen über einmal sprechen, wo ich persönlich nicht sonderlich fern bin. Mourinho. Ich schon dafür. The Special One. The Special One. Aber es gab ja in den letzten Tagen einen Film, den man anschauen konnte. John Bishop, eine Comedian, hat einen Battle gemacht. Nämlich, wer zuerst beginnt zu lachen? Der hat selbstverständlich verloren und muss sagen, Mourinho ist mir plötzlich sympathisch. Warum war der große Katte von der Runde? Weil es ein Cheater war. Was die Mountain Climber? Der Name ist Sand. Cliff. What started in Portugal, went to London, was very successful, and now is in Manchester. Nandos. What do you call a sheep with no legs? A sheep with no legs! Ein Face! Überragend. Ich würde sagen, das könnte ein Spiel sein, welches wir am Schluss von der Sendung werden. Ich sage, ich bin unschlagbar bei dem. Darfst du nicht mitmachen? Ich komme und schlage euch alle hin. Gut, alles klar. Was fandest du auch noch, dass es schwierig zu theppen ist? Mach mir etwas Kopfkino. Stell dir vor, du spielst in drei IN MANNschaft. Es geht um den ersten Tabellenplatz. Es ist die 82. Minute. Er spielt 1-1 zu Hause. Es kommt eine Flanke und ein Teamkollege macht das Goal. Was machst du? Nicht jubeln. Du gehörst in die Kategorie von dem folgenden Herr. Würde ich das auch machen? Wahrscheinlich schon. Jetzt kommt die Flanke, die ich angekündigt habe. Morata macht das 2-1. Schau mal, Christiane, der reklamiert offside. Er ist ein Soul-Kate. Er ist ein Soul-Kate. Aber er ist unglaublich beliebt in der Mannschaft. Aber das ist doch... Das ist doch Bullshit. In der dritten Einstellung sieht man es nochmals. In der Mitte des Bildes reklamiert er tatsächlich. Schau zum Citroën. Das kann nur eines bedeuten. Schau doch, ich muss das Goal machen. Ich habe noch etwas gesehen. Du wirst ihn lieben, so wie ich das gehört habe. Es geht um den Herr Breel-Embolo, der lange ausfällt, muss man sagen. Couda war in dieser Misere vor ein paar Wochen. Richtig, ohnehin läuft es. 13 Uhr gestern, Schalke 04 gewonnen. Aber er ist natürlich verliebt, liebe Breel. Hör mal zu, wie die Schalke-Fans die Namen von den Spielern gerufen haben. Die Fans rufen drei. Ja, das klingt doch nur im Stadion... So, das war auch ein Berater oder so. So, das war der Schluss. Definitiv. Du kannst es rausreissen. Mit geilen News. Dazu gebe ich genau 60 Sekunden. Die Piobsbotschaft für den FC Zürich. Der Gili Api hat sich am Donnerstag im Spiel gegen das THA Bukarest in der ersten Halbzeit der rechte Unterarm gebrochen. Der FCZ-Captain wird darum mehrere Wochen verletzt ausfallen. François Moubange befindet sich in Topform. Obwohl das Team vom Schweizer Linksverteidiger nur 0 zu 0 gespielt hat, wurde er von der französischen Zeitung im Team der Runde gewählt. Holt sich der FC Basel das nächste Talent? Wie einige Medien berichten, ist der Schweizer Meister an Pablo Galdames vom chilenischen Klub Española dran. Der Galdames ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Wechselt einen weiteren Star in die Türkei. Seit Antonio Conte Trainer bei Chelsea ist, kommt Cesc Fabregas nicht mehr regelmässig zum Einsatz. Jetzt könnte der Spanier angeblich im Winter zu Fenerbahce Istanbul wechseln. Der Renato Sanchez wurde mit dem Golden Boys Award ausgezeichnet und als bester U21-Kicker der Welt gewählt. Der Bayern-Spieler hatte sich unter anderem gegen den Brill-Embolaturen gesetzt. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Ralf-Eisen-Mitglieder zum halben Preis. Ritzig Mann, den wir begrüssen wollen, weil wir selbstverständlich nicht nur schauen, wie er aussieht, wenn er in Action ist oder wenn er etwas sagt, sondern auch gut herhören, was er sich für einen Einlaufsong gewünscht hat. Ritzig Mann, den wir begrüssen. Ritzig Mann, den wir begrüssen wollen, auf den Kopf der Läufe. Ritzig Mann, den wir begrüssen wollen, wie er aussieht. Das ist schon so, oder? Ja, ja, mal früher. Willkommen vom Grasauberklub Zürich, Haris Tabaković. Warte, ich muss schnell improvisieren. Komm noch rein. Ich bin schnell, schnell. Grasman, lean back. Warum hört der Fussballer alle die gleiche Art Musik? Ich weiss nicht, es ist Motivation. Es klingt immer gut. Geh, das wäre nichts für dich. Nein, nein, nein. Ich hätte noch viel Blöder. Nein, nein, definitiv nicht. Lean back, was verbindest du mit diesem Song? Kollegen. Also ich habe viel erlebt mit Kollegen in den Ferien. Mit Florent Hadard und Gregor Wütherich. Und das Lied war einfach weises Lied. Und das, was mich jetzt immer vor einem Match motiviert. Aber vielleicht müsstest du, ich weiss auch jetzt das sagen, bei Auswärtsspielen etwas anders zu hören, als lean back. Weisst du? Das ist ein weiser Sein. Ganz weiser. Das Gränchen, wo man aufwacht, ich glaube, Gränchen ist noch eine sportliche Stadt. Ja. Mal eine Stadt ist es, oder? Ihr habt das Velodrom bekommen, einen Flugplatz, einen Traurencup. Genau. Natürlich gehabt. Kann man das machen, das Gränchen? Ja. Die Stadt ist nicht so gross, muss ich sagen. Aber ich denke, Geschichte. Auch der FC Gränchen, von früher, die Geschichte. Das Stadion ist super, es ist schön, es hat viele Plätze zum Trainieren. Aber wenn du etwas willst, kannst du auf Bern, kannst du 30 Minuten fährt, das Stadion stellen. Aber man muss auch fast auf Bern. Ja, das ist schön. Du musst ihn halten, mit den Nebeln, das Gränchen. Extrem. Ja. Bist du schon immer so ein Grosser gewesen? Ja. Also hat sich bei dir nie die Frage gestellt, ich meine Volleyball wäre gut, wenn man gross ist, Basketball wäre interessant, wenn man gross ist? Nein. Also ich habe mit sieben angefangen zu schalten. Und ich war immer einer der Grosser gewesen in meinem Auto, das ist ja so. Hast du schon auch? Nein. Hat man aber dir gekippt, so? Nein, nein, nein. Irgendwie war der Nette, ich war der Lieb. Die Grossen sind nicht immer die Netten, finde ich. Die Grossen sind die, die genau wissen, was sie für eine Macht haben. Ich war immer einer der allerkleinsten. Ich kam immer daran, von den Grossen. Ja, das kann schon sein. Es gab schon ein paar kleine Schlägereien. Aber es war nicht so, dass sie mich jede Woche zweimal geprägelt haben. Aber ab und zu hast du schon zugelangt. Ja, das ist schon eine Situation. Sicher. Du warst einer, du bist der Konfrontationer nicht auf dem Weg. Nein, nein, nein. Viele Schüttler sagen ja uns, dass man sich in die Schuhe etwas gusseln musste, dass sie etwas machen, weil sie immer nur den Fussball im Kopf hatten. Bist du ähnlich, oder bist du ein guter Schüler? Ich war ein guter Schüler. Bei mir war es so, dass der Vater mich, vor allem in der Schule, verdammt gepostet hat. Weil er sagte, Fussball ist nicht sicher. Er sagte mir auch, weil ich ja bis 16, 17 war bei Grenchen, Amateurfussball. Und dann habe ich eine Lehre angefangen auf der Räfisenbank. Fussball war eigentlich noch nichts. Und dann bekam ich in die Junioren durch 18 und dann hat es angefangen, hey, da könnte etwas werden. Und ich habe natürlich immer Gas gegeben. Für mich war immer Fussball. Aber Schule auch wohl? Ja, ja. Wölfli, schon von Grenchen. Zu deiner Zeit hat man den schon gekannt? Hast du schon gewusst, den Marco Wölfli? Das habe ich gewusst. Also ich habe einfach gewusst, dass er von Grenchen ist. Ja. Aber mehr jetzt auch nicht. Wir wollen schauen, was die Teamkollegen über dich sagen. Du bist ja bekanntlich nicht mehr in Berner gefildet, sondern bist tauscht worden gegen Rawe. Menschenhandel, kann man so sagen. Dort auf Zürich. Und die aktuellen Teamkollegen sagen folgendes über Haris Tabakowicz. Ich muss Ihnen etwas über Haris erzählen. Nein, 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 nein. Also Haris Tabakowicz ist immer der Erste, der nach morgens seine Zeit putzt. Ja, über Haris gibt es viel zu erzählen. Er ist ein sehr cooler Typ. Ich kann es gut mit ihm. Ich glaube, er schaut gerne Serien auf Netflix. Am Anfang habe ich mich sehr gefreut, als er nachher kam. Er dachte, ja, ja, neuer Berner mit dem Berner Dialekt. Und dann bin ich grausam enttäuscht geworden, weil er von Zürcher also nie richtig hat Berner. Zwar habe ich noch nie eine Dusche gefunden, die zu ihm passt, weil er so gross ist. Also in keinem Hotel in der Schweiz bis jetzt. Ja, in der Garderobe ist er eher ein ruhiger. Also er hat ein komischer Dialekt, wenn er aus Bern kommt. Er gibt sich zwar Mühe ab und zu mit Bernern ausdrücken, aber grundsätzlich kommt der Zürcher durch. Und mir als Berner enttäuscht das sehr. Ja, dein Dialekt, da sind wir am dran zu arbeiten. Ich und er war so was, jetzt probieren wir es an jeden Tag zu sagen, dass du zürichdeutsch reden musst. Ja, versuch es mit Ping-Pong. Ping-Pong ist ein riesen Skandal. Obwohl du sagst, du bist einer der Besten, du hast keine Ahnung. Er ist aber mutig mit Aussagen im Vorne rein, aber nach dem Spiel ist er ruhig und hockt dann wieder ab. Gut. Vor dem Ping-Pong grosse Fresse. Ja. Ja, wie ein kleiner Ping-Pong-Tisch, weisst du? Dort bin ich noch nicht so gewohnt, aber meine Zeit kommt. Wie ist das eigentlich mit dem, das ist mir aufgefallen, ein superes Bandwitz redest du nicht? Nein. Was läuft mit dir? Ja, ich bin ja von Grenchen. Und Grenchen ist nicht. Ja. Ich gehe. Ja. Also es ist nicht voll. Aber bist du einem, der etwas gefährdet ist, die Zürichdeutsche anzunehmen? Ja, das ist schon klein, muss ich ehrlich sagen. Da arbeiten wir dran. Dann wollen wir die Karriere anschauen von diesem längeren Stürmer, der die Stationen hinter sich hat, Marco. Ja, es ist nicht so wie beim Jakobacci, wo man letztes Mal diese Folie nüssen kann. Es ist etwas weniger, aber es ist verständlich. Er ist ja noch jung, der Harry Sabakowitsch. Wir fangen an mit IB. Dort hat er seine ersten fussballischen ernsthaften Schritte gemacht, wie er gesagt hat, in der Bundesstadt 2018 und dann 2021. 2013 wurde dann der Sprung in die erste Mannschaft. Dann wurde er aber schnell ausgelehnt, um Spielpraxis zu sammeln. Es ging auf die Wilde. Dort hatte er eine sehr erfolgreiche Zeit, scorer-mässig in diesem Challenging-Verein. Dann ging es zurück zu IB. Dort kam aber nicht zu den gewünschten Spielminuten. Er machte zwei Goale in 26 Spielen. Im Sommer ging es dann auf Zürich zur GZ. Viertreffer im Hopper-Trikot-Vertrag. Bis 2019 könnte also noch etwas länger bleiben. Im Fussball-Gesäft ist nichts sicher, hat schon der Vater Tabakowitsch. Ich kann mich an einem Ausschnitt oder ein Interview in der Bernerzeitung erinnern, hier unter Michi Frey, schön fönfrisiert, der auf dem Rasen liegt. Man sieht, ihr seien die neuen IB-Zwillinge. Wir haben wahnsinnig viele Hoffnungen gesetzt in euch, weil das war dann noch die Zeit, die noch nicht so viel Eigenes hochgeschafft haben. Was ist geblieben aus dieser Freundschaft mit Michi Frey? Ähm... Ich habe gestern fast begeistert. Also, ich habe es sehr gut mit ihm. Ich habe mich oft begegnet in der U21 und wir waren immer top. Ich meine, Michi Frey, Bertone, Jugend, Bibe, alle zusammengemacht. Aber die sind schon ähnlich? Ja, das ist so. Bibe war oftmals so. Er hat vor mir gespielt, dann kam, dann kam, er ging zu Lille und hat diesen Schritt gemacht. Bei mir war es so, dass der Guy vor mir war, bei IB. Deshalb habe ich gesehen, ich brauche mehr Spielzeit und deshalb wollte ich wechseln. Du bist zurückgekommen. Du wusstest, die Konkurrenz ist hart. Ja. Aber, äh... Also, so hart ist, als würdest du sagen, du hast eine faire Chance bekommen, die durchzusetzen, gegen den Wagon, gegen den Gern, Zulecht, Aftbum, Kubo. Hast du die faire Chance gesehen? Ich würde sagen, faire Chance. Ich denke, es gab gewisse Momente, in denen ich dachte, ich werde jetzt die Chance bekommen. Und dann wurde irgendetwas bastelt, dass sie nicht spielen. Irgendein... Spieler wurde halt umtransferiert, auf Stürmerposition, irgendetwas, denke ich. Aber, ich muss auch sagen, ich hatte bei IB wirklich alles mit allen top. Es war auch nicht so, dass ich gehen musste, sondern, dann war es auch so, dass IB dann verlängert hat. Aber sie können nicht einfach den AWO sagen, du musst weg, du musst einverstanden sein. Genau. Ich war einverstanden, weil für mich ist es wichtig, dass ich einen neuen Anfang etwas Neues machen, wo ich mehr Einsatzchancen habe. Aber hör jetzt mal zuerst die Einsatzchancen regelmässig. die Gäle, die gestern auch eines hatte, der Glück zahl, geht da rein. Was sagst du, wenn du die Zeitung lissst? Oder du denkst, eine Chance der Tod? Es regt mich auf. Es regt mich richtig auf. Es regt mich richtig auf. Hast du aber Verständnis für dich, was du schreibst? Nein. Das muss ich ehrlich sagen. Also für mich ist es klar, ich hatte gewisse Situationen, in denen ich nicht richtig reagiert habe, wo ich es gar nicht gemacht habe, wo ich unglücklich ausgesehen habe. Aber dass sie mich auch die Chance der Tod bezeichnen, das kann ich gar kein Verständnis haben. Und vor allem, weil keiner von denen wahrscheinlich jemals in ähnlichen Positionen waren und weiss, wie wenig an das Feld, dass er reingeht oder eben nicht reingeht. Deine persönlichen Ziele? Bei GC, wenn du auf die nächste Stimme gehörst, die Frage noch länger geht, aber so deine persönlichen Ziele, die du diese Saison packen möchtest, unabhängig vom Klub. Jeder Spieler sagt, ich will der Mannschaft helfen, das ist mir schon klar. Aber persönliche Ziele hast du ja auch. Ich will einfach jeden Match spielen. Ich will einfach unangefochtener Stürmer sein. Ich will nicht einmal spielen, einmal nicht, einmal auf der Bank, sondern wirklich unangefochtener Stürmer bei GC. Ich will jeden Match spielen. Was der Trainer eben nicht um dich rumkommt. Genau. Und ich will auch meine Goals schiessen. Ich will auch meine Goals schiessen. Und, und, klar, jeder Fussball hat das Ziel ausgeland. Das ist ja so. Man muss eben kennen mehr das böse Wort in den Mund nimmt oder in die Tasten holt, was er eben ist. So, wir machen schnell kurz Werbung, dann haben wir selbstverständlich das Fragebuch für Haris Tabakowitsch. Auch um das herum. Da kann man sich auch natürlich besonders hervorten mit guten Antworten. Das Buch wartet auf Haris dranbleiben. Wir sind gerade wieder zurück. The Soccer Lounge presented by Raiffeisen und Allianz und Allianz und Allianz und Allianz und Allianz Und wo es denken machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz Rechnung bezahlen geht ganz schnell. So, und schon haben wir das Geld. Und für alle, die nicht zaubern können, das neue E-Banking von Raiffeis. Einfach, sicher und schnell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ist nicht genug. The Draw at 12.15 live and exclusive on SportalHD.com Pure Sports. Pure Entertainment. This is SportalHD. The Soccer Lounge. Presented by Raiffeisen und Allianz. Der Haris Tabakovic ist bei uns vom Grasopperklub Zürich. Sein Trikot kann man übrigens gewinnen, wenn man unsere Facebook-Seite und das Klöckchen mit ihm liken würde. Dann seid ihr vielleicht die Glückliche oder die Glückliche Club. Es hat übrigens Anfragen gegeben. Tabakovic ist da, kann ich mir die Videokonto. Hat es noch nie gegeben. Es ist ein gutes Freitag. Man muss von Gerze kommen, dass das passiert. Ja, das ist so. So. Was der Chef über sie denkt? Für dich nicht zu viel, zu wenig oder genau richtig? Äh, genau richtig. Wie viel für dich übergebt sie? Ein bisschen Schnee, oder? Durchschnittlich. Öko und Bio. Jetzt habe ich die. Bei welchen Produkten achten sie nicht darauf, wie sie hergestellt wurden und wo sie herkommen? Wo achtest du nicht drauf? Ich sage bei allen. Also ich achte mich bei allen. Ich bin so ein Typ. Ich schaue, von wo das Fleisch kommt und von diesem Typ. Aha, so Pulefleisch und Sunkanen. Ja, ja. Nein, nein. Angasius, Philaus, Inje, Vietnam, Pule. Nein, nein. Das mache ich nicht. Das steht gleich, oder? Mir schon, ja. Sexfrage, die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Mit welchen ihren engen Freundinnen könnten sie sich vorstellen, ins Bett zu gehen? Da wäre ich mir froh, wenn du die Namen würdest sagen. Ich muss ehrlich sagen, enge Freundinnen habe ich nicht. Bei mir ist es so. Wenn ich enge Freundinnen hätte und sie gut ausgeben würde, wäre es nicht mehr Freundinnen. Ah, voilà. Bist du Single eigentlich? Ja. Ah, also. Wahrscheinlich haben Frauen gefragt, ob sie ins Studio können. Ja, ist es so. Also ich nehme an, das Triko, die Likes, die werden dir Tilli durchschiessen. Wir lösen dich und holen den Zuwachs von der Runde. Und zwar von der Basler Zeitung, der Sportchef Marcel Rohr und der Gaetano Cialanza, Spielerberater Frühling. Hast du Spieler, selbstverständlich? Du kannst uns überstehen. Hallo. Sorry. Guten Tag. Grüße. Marcel, mir ist ein Tweet aufgefallen, von einem Sportredaktor. Oh, der killt mich. Herr Batz, auch nach mehrstündigem Recherchieren, haben wir nicht mehr herausgefunden, was am Freitagabend an der Budaparty in einer Redaktionsparty gelaufen sei. Das ist richtig, ja. Es hat den ganzen Winz festgegeben. Ich dachte zuerst, es waren vielleicht noch ein paar GC-Spieler dabei, so wie sie am Sonntag shooteten. Das hätte ja sein können, aber es ist nicht der Fall. Wir haben Leute verabschiedet, die den letzten Arbeitstag hatten und das ist laut und wild und sehr lange gegangen, muss man sagen. Hangover. Oh Mann, wann war die Party? Freitag auf den Samstag, aber es ist brutal ausgeartet, wirklich. Die Telefone sind verloren gegangen, die Leute haben nicht gewusst, wo sie nach Hause müssen und so. Ja, gibt's halt. Aus so einer Basler-Zeitung, ich bin Leserinnen und Leser, Gaiti, du als Basler lissest aber die Basler-Zeitung nicht mehr an. Hast du besitzt, hast du es selber gelesen, oder? Liss-Zeitungen nicht mehr. Liss-Zeitungen nicht mehr. Liss-Zeitungen nicht. Liss-Zeitungen nicht. Und ich sage auch meinen Jungs, liss-Zeitungen nicht. Ist jetzt gegen dich? Leck ist das gegen mich? Das ist ein Flossklader. Kann ich jetzt wieder gehen? Liss-Zeitungen? Doch, sicher liss-Zeitungen. Ja, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der hier jede Zeitung hat und liest und gehe lesen, was sie hier über die Spiele geschrieben haben. Ich sage es auch den Jungs, leissen nicht zu viele Zeitungen. Das ist einfach so. Weil das ist schon nicht einfach. Ja. Aber ich würde so sagen, das ist also manchmal nicht einfach. Die Zeitung nicht. Und nach einem Match für Gäste ist es nicht so einfach. Die Zeitung nicht aufgeschlagen. Also ich habe es auch nicht aufgeschlagen. Ich sage meinen Journalisten immer, ich spreche nicht zu viel mit den Spielenberatern. Und du nicht zu viel. Und du nicht zu viel. Und seid nicht zu ehrlich auf Twitter. So. Wir haben über GZ-Rede, die ihr empfohlen am Wochenende der FC Basel, der Liga-Krösus, die natürlich auch schrecklich war, das war zuletzt. Zwölfentscheiden in den letzten drei Spielen. Zuerst wollen wir aber den Fokus legen auf GZ. Gestern Haris gegen IB mit 0-4 in den Team-Bus-Steagel nach Hause fahren. Das hat dir ein bisschen anders vorgestellt. Der Trainer hat in einem 3-1-4-2 spielen lassen, weil man den Mittelfeld und Defensive stabilisieren. Der Plan nicht aufgegangen? Nein. Also ich denke, es ist nicht ein Fehler vom System. Man konnte auch 4-2-3-1 spielen. Wie wir vorher gespielt haben, es hatte andere Sachen, die einfach gefehlt haben. Wo der Ehrgeiz, wo wir dumme Fehler gemacht haben. An dem ist gescheitert. Ja. Es ist unfassbar, fünfmal zu Hause gewonnen und siebenmal Aussätze verloren. Das ist eine Statistik, Marcel. Die schreit zum Himmel. Natürlich, das ist klar. Die Mängelliste bei GZ ist in meinen Augen sehr lang. Da geht es nicht um ein 3-4-1-2, wie viel auch immer, oder ein 0-4-B-1. Das geht für mich schon die ganze Saison in Sachen Transferpolitik, in Sachen Aussendarstellung, Kommunikation. Da sehe ich viele gravierende Sachen, wo ich einfach auch anders gewohnt bin von GZ, von früher. Ich habe den Klub anders in Erinnerung. Ich weiss, dass nicht mehr so viel Geld rum ist und ich weiss, was GZ für Probleme ist. Das ist mir alles klar. Aber ich finde es ehrlich, ich finde es echt schlecht, was GZ diese Saison abliefert. Über Transfers wollen wir noch sprechen. Baustellverteidigung, 26 gegen Goals, also 2,16 gegen Goals pro Spiel. Geilt die? Das ist klar. Das ist die gleiche Baustelle, wie man letztes Jahr hatte. Ich glaube schon, dass der Trainer und das Staff wissen auch die Spieler selber, dass das ein Problem ist. Aber sie spielen auch mit jungen Spielern. Und man sagt immer, jung ist gut, wenn es gut läuft. Aber dann irgendwann einmal musst du auch eine gewisse Erfahrung bringen, damit die Jungen auch wieder, also dass es ihnen auch hilft. Weil das ist nicht einfach. Also am Anfang, wenn du jung bist, spielst du einfach unbekommen. Und dann die Bestätigung. Da brauchst du Hilfe von älteren Spielern, damit es auch läuft. Weil wenn es nicht läuft, dann wird es schwierig für jeden. Also ein besserer Steilpass ist jetzt nicht liefern mit Innenverteidigung. Wenn wir mal über den Herrn Senderos reden wollen, oder wenn wir über den Herr Barth reden wollen, der schon lange wieder über alle Berge ist. Ein Basis, der jetzt offenbar als Innenverteidiger gut genug ist. Und so weiter. Da wurde Geld ausgegeben und das ist doch eine Transferpolitik dahinter. Von einem Geschäftsführer, wo ich einfach sagen muss, ich sehe einfach kein Konzept. Ich kann es nicht erkennen. Und ich bin ganz nahe bei ihm, wenn er sagt, die Jungen in Ruhe. Da hat er recht. Den Jungen kann man einfach keinen Vorauf machen, wenn es nicht läuft. Die Jungen, das wäre unfair. Aber die Jungen brauchen eben Ältere wie Senderos. Wahrscheinlich war er der Ball. Aber ältere Spieler allein nützt es auch nicht, wenn sie nicht gut sind. Du brauchst Spieler, die Führer und Qualität haben. Letztens die Vorrunde war super. Hat er dort etwas überperformt? War das nicht ganz die Realität? Ja. Ich kann das gar nicht sagen. Bei dieser Vorrunde war ich dann noch nicht bei GC. Aber bei denen, wo ich bei IBE war, war klar, auch bei uns bei IBE war es dann im Kopf, wow, geht sie unglaublich mit den jungen Spielern, die sie in der Vorrunde performen. Niemand hat gedacht, dass sie so sind. Das ist normal. Ich denke, in drei Runden gab es ein paar Probleme. Wir haben ab und zu gewonnen, haben wir ab und zu dumme Resultate gemacht. Es ging hin und her. Aber das ist schon so. der Vorrunde war überragend. Dann bleiben wir bei den Transfers. Unbedingt. Ich will die Grafik sehen. den vorbereitet hast. Er hat sich sehr gut zusammengefasst, muss man sagen. Ja, es ist so eine Frage. Manu Huber ist ja kritisiert worden. Kann er das Sportchef, kann er das Transfer tätigen mit einmal drei Tops und drei Flops von ihm oder in seiner Amtszeit mal für euch zusammengefasst? Zuerst mal die drei Tops für euch. Der Sicherwalt Nymalama-Ski, wo gekommen ist, das ist wahrscheinlich der beste Transfer der Liga, kann man sagen. Er ist vom Aufsteiger Lausanne, macht seine Scorenpunkte gerade eingeschlagen. Natürlich Kim Schellström letztes Jahr diese Saison nicht so gut, kann man sagen, wie letztes Jahr. Letztes Jahr überragend, immer noch wichtig, ein richtiger Leader. Und auch noch Marco Bacic, für uns okay, für wenige Koko spielt im Mittelfeld, spielt in der Innenverteidigung, ist zuverlässig. Aber es gab natürlich Flop-Transfers, die wir jetzt sehen werden. Und da hat es Marcel fast schon zusammengefasst. Alexander Barth ist mittlerweile vereinslos. Er kam von Ludo Gore, hat nur gerade elf Spiele gemacht. Mehrheitlich dabei nicht überzeugt. Und hier sind Partner, Philipp Sendero, das gehört ganz klar in die Liste. Ein Flop-Transfer war ein Missverständnis. Jetzt bei den Glasgow Rangers, auch dort in den Zattelfest. Jetzt lässt es noch Antonov, im Sommer 2015 von OFK Belgrad. Immerhin als U20-Weltmeister hat am Luthi Konkurrenz machen. Aber das ist höchstens, wer schlechter ist, ist die Konkurrenz im Moment. Dort links aussen. Was ist so viel, du herrschaust und weisst? Wenn man die finanzielle Situation anschaut, sind es Transfers, die passieren kann. Das passiert in jedem Klub. Man könnte ja bei jedem Klub sagen, drei Gute und drei Flopfen. Wir finden immer Flop und Tops. In jeder Saison. Bei einer Mannschaft. Ende Saison wird man ja immer abrechnen. Aber ist sie so katastrophal, wie der Marcel Orys probiert durch die Blume? Sie haben ja fünf Heimspiele gewonnen. So schlimm ist es nicht. Das muss man schon sagen. Ich finde es nicht so schlecht, wie Marcel sagt. Die Heimspiele haben sie alle gewonnen. Das Problem ist auswärts. Und das andere Problem ist klar, sie haben eine junge Innenverteidiger und sie haben jetzt noch mal einen Jungen geholt. Das ist klar. Sie brauchen eher vielleicht einen Erfahrenen. Sie haben das probiert mit dem Senderos. Das hat einfach nicht geklappt. Also wenn du einen Spieler holst, auch von einer Erfahrung von einem Senderos, der ein Jahr oder anderthalb Jahre nicht spielt, dann reicht es auch in der Superliga nicht. Ob das auch klar ist. Dann sieht man ein Niveau Superliga. Also es ist ein gutes Niveau. Und dann jemand auf dem Main zu finden, der dann die Lücke schliessen kann, ist das nicht so einfach, oder? Schellström war gestern gesperrt wie der Bammer Cessiger, zwei junge Sigurjansson, war verletzt. Wenn der Schellström hat man letztens gesagt, auf dem Platz ist der 10., Marcel aber auch neben dem Platz, hat Haris eine unglaublich wichtige Rolle. Es ist ein Late-Wolf. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, nicht nur letzte Saison, auch diese Saison. Ich denke, er ist ein Vollprofi, auch in seinem Alter. Er redet viel mit dem Trainer. Ich glaube, es gibt auch viele Kommunikation mit dem Trainerstuf, etc. Das ist sicher top. Und ich denke, er ist sicher ein Leidvoll, der uns führt, der uns Jungen führt. Obwohl ich jetzt bei GC auch nicht mehr zu den Jüngsten gehöre mittlerweile. Aber eben, er ist sicher ein sehr wichtiger Spieler. Aber schaut mal die Strukturen an bei GC. Wenn ich den Präsident, der Andiker, wieso ist der GC Präsident? Ich nehme den nie wahr in der Öffentlichkeit. Der steht niemals an und übernimmt die Verantwortung. Das letzte Mal bei Aro und Klubheit. Ja, das ist aber knapp zwei Jahre. Er hat sogar noch mehr. Und wenn ich das sehe, jetzt hat man einen Geschäftsführer, einen Geschäftsführer, der diese Transfers macht. Er war aber zuerst Geschäftsführer und jetzt zum Sportchef folgen. Ja, aber wenn ich die ganze Strukturen... Andersen musst du zuerst mal holen. Ein Schenström musst du doch zuerst mal holen. Ja, natürlich. Aber da haben dann auch noch Leute dabei bei den entscheidenden Transfers und dann hat er nicht den Hubert allein gemacht. Aber ich will mit dem einfach sagen, wenn ich die ganzen Strukturen bei GC so wie das jetzt sich präsentiert, dann habe ich einfach nicht im Ansatz das Gefühl, dass es es bessern kann. Aber ich sehe das einfach nicht. Ich glaube, der Präsident will das gar nicht. Er will gar nicht. Er will gar nicht, ja. Er will das nicht. Das muss man dann auch respektieren. Es gibt einen Präsidenten, der vorne dran steht und auch bei den Medien und so. Was im anderen Klub in Zürich ist. Ja. Und dann gibt es Präsidenten, die ihn haben. Ja, es gibt andere, die einfach im Hintergrund sein wollen. Und ich glaube, wie Sie es jetzt aufgeteilt haben, ist natürlich der Manuel Hubert Geschäftsführer gewesen, ist jetzt, sagt man, Sportdirektor. Aber ich glaube, es ist mit dem Staff zusammen. Es ist ein Team. Es ist nicht ein Sportdirektor und er ist verantwortlich. Nein. Sie haben die Zwischenlösung. Einfach den Moment, Ja, aber es darf ja nichts kosten, aber das ist auch so etwas. Das ist natürlich auch, oder? Das ist natürlich klar. Wenn du einen Sportdirektor hast und ein Geschäftsführer, musst du natürlich wieder Geld in die Hand nehmen. Und die Topo-Belastung, die ist sicher nicht zu unterschätzen. Ein Spieler war auf der Kerngrafik. Das ist einerseits der Horst Tabakovic. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, oder? Das kommt noch. Wenn du einen bei zweit reden, Die zweite Grafik. Bei der erste hat er keinen Platz mehr gehabt. Und einer, der auch neu kam vom FC Thunheimer, durften wir für Raiffeisen begleiten im Format Start-Taxi. Das ist ein bisschen R&B-Style. Ein kleiner Teil dazu. Ja, jetzt. Ja, wir haben das. Ja, mir geht's. Muss ich das beitke? Nein, nein. Nein, also, ähm. This is what happens when I think about you. I get it, my feelings, yeah. I start reminiscing, yeah. Next time around, no, I want to be different, yeah. Waiting on a sign, guess it's time for another prayer. Lord, please save it for me. To meet you. Wo jemand einen neuen Anfang wagt. Wo es denken, machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen sie ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Ich weiss gar nicht, ich kenne mich nicht aus im Rennsport, aber wenn man so ein Rennen hat und trotz mit der Haufscharren, so ist der Masselrohr während der Werbepause. Wo ist der Masselrohr während der Haufscharren? Ja, Luigi, Thami. Alles nur Polemik. Marcel, the stage is yours. Ich finde, die Mannschaft hat in letzter Zeit so gespielt, wenn der Trainer eine Ausstrahlung ist. Man sagt immer, die Mannschaft spielt so, wenn der Trainer ist. Für mich ist die Mannschaft einfach brav. Und beide, ich nehme Thami nicht wahr. Ich nehme nicht wahr als Ausbildner. Ich nehme nicht wahr als führiger Trainer. Ich nehme einfach nicht wahr. Mir fällt einfach auf, die Trainer, was sie am liebsten machen in der Schweiz, ist immer nur an der Seite stehen und schieße sich zusammen. Das machen sie die ganze Zeit. Aber mal richtig, mal hinstellen und mal Klartext reden, was die Mannschaft betrifft, machen sie nicht. Und ich sage nicht, sie müssen öffentlich über andere Reden halten und so. Aber ich spüre das nicht. Ich habe einfach das Gefühl, da haftet ein Verbandsgrove an. Der kommt aus dem Verband. Das ist eine geschützte Werkstatt. Da kann man sagen, ich arbeite ein bisschen mit den Jungen und so. Jetzt bei GC ganz einen anderen Leistungsdruck. Ich habe das Gefühl, der kommt nicht zu Schlag mit dem. Und wenn ich sehe, was über dem FCZ und über Canepa, was sich hier entladen hat, welche viele Emotionen da waren, natürlich mussten sie einen bitteren Preis zahlen. Sie sind abgestiegen. Und sie haben unheimlich viele Fehler gemacht. Bei GC, an welchen Spieler regt man sich denn auf? Welche Spieler schüren denn bei GC Emotionen, wo die Fans sagen, so, Gott, wie du das? Schaut mal die Journalisten an, die anderen Zürcher Journalisten. Wer tut sich denn noch überhaupt Mühe machen, über GC zu schreiben? Wer regt sich noch auf über GC? Du? Ja, ich bin kein Zürcher Journalist. Ich komme aus Basel. Aber ich will mit dem nur sagen, Journalisten müssen nicht nur mehr die Mühe nehmen und GC richtig analysieren und kritisch sind, weil man sagt, ich habe eh kein Geld. Ich habe eh kein Stadion. Der Präsident will ja gar nicht. Man lässt es wie sein. Es ist wie tot. Und das ist das Schlimmste für einen Verein. Schlimmste. Das ist polarisiert. Du kennengelte, das stimmt. Bei Zürich hat er immer wieder Figuren-Zinklisch gemacht. Und der Cillo steht da hin. Weisst du, wie ich meine? Das führe ich in Kommunikation. Das spüre ich nicht. Während der europäischen Auftritte, wo die Mannschaft immer schön geredet hat, der Spieler nie hat Vorwurz machen, hat gesehen, man hat nie trainieren können. Lass das Zeuglaut gauten. Darf das ein Trainer sagen? Du musst einfach realistisch jetzt mal GC analysieren und dann GC ist öfter eine Mannschaft, wie sie jetzt aufgestellt ist, einfach im Mittelfeld. Also du hast vorher die IB, du hast vorher die Cillo und dann hinten ist alles offen. Mit GC, mit Luzern. Ich glaube das 0815. Und öfters ist klar, er kann so reden, er ist in Basel und Basel läuft. Aber es geht nicht um das. Das geht mir nicht um. Du musst realistisch sehen, GC ist eine Mannschaft, die im Mittelfeld ist. Wenn sie auf einmal eine gute Serie, wie sie letztes Jahr das gemacht haben, dann können sie auf einmal vorne mitspielen. Aber sonst muss man es einfach genau analysieren. Haris, ohne ist es selbstverständlich ein schwieriges Thema für dich, wenn es um einen Trainer geht. Aber das aufzunehmen, was Marcelin gesagt hat, bräuchte es in der Mannschaft auch Typen, die polarisieren, die man sich auch mal über sie aufregt. Seid ihr das zu wenig? Das braucht sicher Denken, aber das heisst nicht, dass wir zu wenig sind. Ich denke, also für mich ist, das alles tut zu gross jetzt, die Polemik und so. Aber für mich ist es einfach so, vor zwei Matchen, vor dem Sion Match, haben wir 14 Florentsion und IB haben wir Florentsion. Vor dem Spiel waren wir Viertel, gleich viel gehört wie IB. Und dann hat jeder alles super gesagt. Dann hat jeder gesagt, oh, fünf Match, dann gewonnen fünf Match, auswärts gewonnen, dann ist alles top, was passiert. Und für mich ist es immer noch so, wenn wir sie jetzt runtergerutschen, wegen der letzten zwei Match, aber die vor uns haben ein, zwei Punkte mehr als wir. Also was heisst das? Ja, das ist unglaublich eng. Also ist die Wahrnehmung der Angst? Ich kenne viele Leute, ich kenne persönlich Leute im Umfeld von GC, die extrem viel Geld haben, vom Donnerstagsklub ehemals, die zu mir sagen, Gott sei Dank gebe ich kein Geld, GC. Die haben hunderte von Millionen, was ist so viel wie eine Gigi Juri. Aber die sagen, wenn ich an einem Tami zuhose, vor und nach der Fenerbahce spiele, in der Europa League, GC sagt ein Jahr lang, sie wollen in der Europa League, nachher kommen die wichtigsten Matches im Sommer, dann sagt der Trainer, wir können gut Fußball spielen, ich muss die Mannschaft schonen, wir haben zu viel, wir können nicht trainieren, wir können nicht das. Und hoffentlich können wir nicht in der Europa League. Das sage ich doch als Geldgeber, Entschuldigung, die wollen doch gar keinen Erfolg haben. Und das meine ich mit dem Verbandesgroove, das ist ein bisschen das, das ist dann der Eindruck, von mir vermittelt wird. Und das passt für mich einfach nicht. Das ist natürlich sicher ein anderer wie eine Superliga als bei der Europa League. Früher hat es Begeze in den Riccardo Cabanas, zum Beispiel in den Mittelfeld, in den Riccardo Cabanas, der die Hälfte der Schweiz hat sich ab dem gefreut, das war ein feuriger Spanier, und die anderen haben sich zu da genervt ab dem. Aber das war einer, der hinstellte und hat gesagt, so Freunde, und jetzt nicht, das sehe ich Begeze nicht, Entschuldigung, der Kelström ist ein super Spieler, der hat kein Wort Deutsch, kein Wort Deutsch. Ja, wer will der hinstellen und mal irgendetwas sagen? Aber der kann doch Deutsch. Ja, ich glaube der kann doch Deutsch. Ja, er redet nicht so viel meistens, ob das eine ist. Falsch, Falsch, Falsch. So, Marcel, ganz kurz, ganz kurz. Ich rede mich im Fall auf, im Fall, nur zu zweit, ich rede mich echt auf. Bevor das schlug, wir reden dann eher durch die Frisur von dem Tabakunterkartiger. Abschließend, ist das ein neues Stadion, wie es so kommen soll, eine Gelegenheit für GZ, die Leute, die Geld haben, Das ist die letzte Chance, die letzte Chance. Dann kann man nochmal etwas machen. Jede Verein hat bewiesen, sogar St. Gallen mit einer Kibun-Arena heisst sie jetzt. Sogar dort, die sehen sich jetzt alles ein bisschen, das kann man machen, das ist eine grosse Chance, die GZ ist die letzte Chance. Aus diesem blöden Letzigrund heraus, wirklich nochmal nochmal Kräfte zu bündeln und dann überlegen, welchen sind die richtigen Leute, die den Verein in Spur kriegen. Klare Strukturen, ein klar, sauberes, gutes Scouting. Überlegen, habe ich einen richtigen Juniore-Trainer? Und dann nochmal einen Anlauf nehmen. Selbstverständlich kann man den Fussball nicht alles planen. Aber das denke ich einfach, ich bin nicht ganz einverstanden mit dem. Wenn du jetzt eBay siehst, die letzten paar Jahre, die haben auch viel Geld investiert. Das stimmt, man kann auch viel Fehler machen mit Geld. Das ist richtig. Wir haben in einer Zeitung gelesen, wir kommen mit weniger Geld, wir müssen vor Ort. Ja, das ist richtig. Die haben wir völlig recht. Die Barsen haben über 10 Jahre, das ging ja nicht, über 10 Jahre, immer investiert und die haben etwas Gutes und Cleves aufgebaut. Aber die haben 10 Jahre lang investiert, viel Geld. Und bei GC fällt das, früher, die Zeiten, ich weiss, Milanić, Gabanas, Elber und all diese, Jakin und all diese, das waren andere Zeiten gewesen. Und jetzt muss man einfach wieder realistisch sein und anschauen, wo jetzt GC steht und was sie daraus machen. Und ich muss sagen, so schlecht machen sie es nicht, wenn du jetzt siehst, von wo sie kommen und der Trainer ist klar, wenn es nicht läuft, ist gerade da, ist nicht gut der Trainer. Aber weisst, Haris, nur das Letzte, das regt mich doch auch so auf. Sorry, wenn ihr sagt, wir gönnen alle Heimspiele und verlieren auswärts, dann sagt doch das einfach in der Kabine. Aber in den Journalisten weckt das doch den Eindruck, die sind ja schon zufrieden. Die Heimspiele gönnen reicht. Zeit ist abgelöst. Und das meine ich einfach mit dem, weisst du? Ich finde, das dürfen wir nicht sagen. Weil dann legen sich doch alle Geldgeber auf und sagen, die Auswärts, die wollen gar nicht gönnen. Wir verstehen es. Aber er hat das, das habe ich nicht gesagt. Nein, aber das war so der Tenor, weisst du? Der Enrico Pizarro, das ist ein Quaffeur von Bern. Ein Themawechsel. Du hast dann aufbauen, aufbauen, nächstes Mal du hörst uns das Gäste stimm. Nein, nein, du hast da auch den Fassball. Aufbauen kommt mir die Frisur von Marius Tabakowitsch. Und wir sind ja bei Enrico Pizarro regelmässig zu Gast und fragen den Stark-Quaffeur von der Hauptstadt, weil sie zu Frisuren von Superleague-Spielern findet. Ich glaube, deine zu dieser Frisur ist noch schwierig, etwas zu sagen. Es ist weder mit einem starken Konzept verbunden, noch habe ich das Gefühl, es ist vorteilhaft für ihn. Er hat eher ein bisschen Wellen drin und ziemlich stark unterschnitten. Ich habe das Gefühl, beim Seckeln oder so am Laufen ist es eher ein bisschen unvorteilhaft, wenn es gerne vorne fällt. Ich habe das Gefühl, es braucht viel Material und etwas Kürzeres in diesem Stil würde ihm vielleicht besser passen. Aber im Grundsatz sieht es auf jeden Fall nicht schlecht aus. nicht schlecht ist, aber auch nicht so gut. Soll ich so in Frisuren? Nein, nein, so gut, ich habe mich gehofft. Wirst du gewillt, etwas zu probieren? Ich habe einen Termin. Nein, so gut, ich habe mich gehofft. So, wer die Filme nochmal möchte, gesehen von Melrico Pizarro selbstverständlich auf unserer Facebook-Seite. Kurzwerbung, dann geht es um einen Klub, der in die Krise steckt. Der FC Basel. The Soccer Lounge presented by Raiffeisen und Allianz Pure Sports Pure Entertainment This is the Floorball Swiss Cup The Road to the Final Quarterfinals Tuesday, Oktober 25. The Draw at 12.15 live and exclusive on sportlhd.com Wo jemand einen neuen Anfang wagt, wo es Denken machen wird, und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand machen sie ihren Weg. Wir machen mit. Allianz Rechnung bezahlen geht ganz schnell. So und schon haben wir das Geld. Und für alle, die nicht zaubern können, das neue E-Banking von Raiffeisen. Einfach, sicher und schnell. Das ist ein open letter zu jemanden zu jemanden zu sein Athlete. Wenn du es mehr als All-Nighters wollen, wenn du es mehr als Likes oder Soft Hands , wenn du wirklich will sein Athlete, einfach ist nicht genug. Das ist der decisive second. Das ist where a new adventure begins. This is the moment. This is your time. Pure Sports. Pure Entertainment. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Das Soccer Lounge wird zurück mit Gaetano Cialanza, Marcel Rohr und Haris Tabakovic vom Grasoperclub, der am Wochenende der FC Basel umfährt. Marcel, kann man sagen, der FC Basel in der Liga, okay, zwei Unentschieden, drei Spiele, aber Euro-Bein spielt uns gut für Jan. Das hast du wunderbar gesagt. Ja. Das ist es auch. Gute Spiele und nicht gewinnen. Ja, sie waren extrem Schlechtzahl in Paris. Die erste Stunde ist hervorragend. Nachher haben sie es dann schon nachgelassen, das war nicht mehr so gut. Aber ich muss auch sagen, in der Liga sind sie nicht in Form, es ist nicht gut. Es sind die leistigen Stimmen nicht, wobei der Vorletzschmann… Wenn nicht das abfalle, gegen KC-Rückstand, Luzang-Rückstand, Duny-Rückstand… Ja, das haben wir vorhin besprochen, der Ludo-Goretz-Matsch. Ich glaube, dieser Match war ein wenig entscheidend. Sofort haben sie alle Spiele gewonnen. Und das war eigentlich das Spiel, das sie müssen gewinnen. Aber Gaiti steht einmal vor, da stehen wir bei Georg Keiz und Bayern Häusler, sitzen auf dem Thron, pass auf dem Fussball. Wir müssen ja gar nicht gut spielen. Die anderen machen es ja auch nicht. Sie haben es okay gemacht. Das denken sie natürlich nicht. Ich glaube, die Philosophie ist nicht so vom FC Basel. Die wollen gut spielen, die machen auch Druck, auch der Mannschaft. Die haben eine Mannschaft zusammengestellt, die wollen, dass sie gewinnen. Ja, aber auch gut spielen. Aber auch gut spielen. Ich glaube, gegen BSC haben sie wirklich ein gutes Spiel gemacht. Jetzt hat einer gefällt, der ein Goal gemacht hat von diesen drei, vier Chancen. Und dann ist klar, wenn sie eine Chance bekommen, Gavani oder Di Maria, dann bekommt sie einfach das Goal. Gewisse spielen noch nicht. Ich bin in einem EM-Loch. Ich finde, der Suchi ist nicht mehr so gut. Der Bjarna-Sohn ist nicht mehr so überzeugend. Die hatten einen langen Sommer. Und ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen im Loch. Sie spielen nicht so flüssig nach vorne. Der Trainer ist immer sehr vorsichtig in der Liga. Das haben sie in Basel nicht so gerne. Auch im Vorstand haben sie das nicht so gerne. Sie haben auch schon den Trainer gesagt, wir wollen ein bisschen mehr gegen den Führer. Jetzt hat er es mutig gemacht in der Champions League. Es war gut. Dreiterwind. Ja, sie sind sicher kritisch. Ja, klar. Sie schauen das genau an. Und ich würde jetzt nicht einfach nur blind heraus sagen, dass der Trainer noch ganz sicher im Amt ist. Also nächste Saison. Ich würde jetzt nicht einfach so sagen. Sie haben schon ein paar Mal gewächselt, nachdem sie Meister geworden sind. Mir wurde zugetreten. Zuerst frage ich noch. Wenn man dir in die J-Zeit zu Lugano unterwegs reagiert, Darf ein Trainer so ausrannst du uns den Fischen gemacht? Darf ich sagen, Spieler oder Trainer? Ich glaube, das sind mir so Emotionen zu zeigen. Ich denke, ein Trainer ist auch nur ein Mensch. Und wenn ihn es ohne Grund so beleidigt, dann ist es für mich okay, wenn er so reagiert. Ich verstehe das nicht. Ich war nie ein Fussbauer gewesen. Aber ich glaube, mir könnte man sagen, deine Mutter und Idioten. Ist das alles, was du sagen würdest? Ich glaube, du würdest irgendwann einmal auch reagieren. Das ist mir auch schlecht. Irgendwann einmal hast du einfach die Schnauze voll. Oder? Mir wurde zugetreten. Unsere Quelle, dass Bernard Häusl in einer Rosse war, in einem Podium, sagte, er macht den Klub nicht mehr von einzelnen Menschen abhängig, weil es eine Nähe an Gross war. Und man hat zwischen den Zeilen wirklich, in jedem dubbel verstanden, dass Fischer nicht ehrlich ist in Basel. Und er spricht aber nicht gegen Fischer. Nein. Ich glaube, der Häusl sagt, wenn ich finde, der Klub braucht einen neuen Impuls, vielleicht ist es heute, vielleicht ist es Ende Saison, dann macht er das. Kontinuität bei diesem Klub ist im Vorstand gewährleistet, mit dem Präsidenten und dem Sportdirektor, aber nicht auf der Trainerbank. Und so wie du jetzt gesagt hast, das ist absolut realistisch. Vielleicht kommen sie an einen Punkt an, wo sie nächsten Sommer sagen, wir möchten wieder einen neuen Reit setzen, es ist mütig, wir machen das. Vielleicht sagen sie aber auch nein, es wäre arrogant, wir sind Wiedermeister, wie auch immer, wir machen es nicht. Aber das Loskopplen von den Erfolgen von einzelnen Personen, da sind sie in Basel so gebrannt seit Christian Gross, wie du das gesagt hast, von dem wollen sie sich emanzipieren. Das ist völlig richtig. Und das ist dein Stichwort. Ich gehöre unserem Regierraum. Wir haben eine Anruferunterleitung. Hören wir schnell rein, wer am Telefon ist. Jetzt haben wir den Strotscher. Eine schwierige Woche für mich. Einerseits das Turnier in Basel, wo ich eigentlich längst wieder spielen konnte. Aber wie soll ich sagen, ich habe kein Geld, um den Parkenden Pizza zu kaufen. Mirka ist offen davor mit meinem Geld. Und Stan wird ja sowieso in der ersten Runde wieder rausfallen. Darum habe ich Zeit, eure Sendung zu schauen. Ich muss sagen, ich mache das wirklich top. Nur die Aussage, dass Bernie Häusler der Klub nicht von einer Person abhängig machen will. Die stimmt so nicht. Warum will er sonst mehr als Nachfolger holen? Aber macht euch keine Gedanken um den FCB. Die könnten so wie ich sechs Monate ausfallen. Und die werden immer noch Meister. Schweizer Meister. Also wir werden sicher Meister. Okay, mir ist ein bisschen übertrieben. Weil ich habe etwa so viele Anteile am Meistertitel, wie der Michi Lammer bei uns am Davis-Göp-Sieg. Hoppla. Oh. Ohohohoho. Er hat einen rausgeholt, Roger. Der Fischer hat gestern ein leichter Ausstieg nach dem Match. Kann man sagen, verständlich wird produziert. Wie nimmst du ihn von aussen wahr? Ab und zu in der Interview. Letztens Saison Climents, muss man auch sagen, ist er heute eine dünnhäutige Seite. Auf Fragen, warum lässt du den Spieler nicht spielen? Warum spielst du so? Wie nimmst du ihn wahr? Ich glaube, er steht schon immer an und analysiert, wie es ist, muss ich sagen. Und man versteht auch das, was er sagt. Das Problem ist klar, ich glaube, jetzt hat er auch ein bisschen Druck gespürt. Die letzten Spiele. Und wie gesagt, wie in einem Tränen kann das auch in einem Spieler. Als Stürmer, wenn du keine Goale machst, dann spürst du. Und dann bist du halt ein bisschen sensibler, aggressiv. Und dann kann mal so etwas passieren. Und ich glaube, bei Monts Vichy ist das jetzt vielleicht auch mal bei ihm passiert halt. Lugano ist auch nicht gerade ein gutes Spiel. Holt zwar am Schluss einen Punkt, aber Beige ist jetzt gut gewesen, aber hat verloren am Schluss, wo man dachte, das hätte vielleicht wieder ein Spiel sein können, das wieder ein bisschen Aufwind kommt. Und natürlich nach dieser europäischen Bühne auf Lugano zu spielen, das ist auch nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Aber ich bin der Meinung, der Trainer muss ja heutzutage nicht nur taktisch einen Plan haben. Sondern er muss auch Spieler bei Launen behalten. Marco, und beim FC Basel gibt es schon einen der anderen Spieler, der überhaupt nicht zufrieden ist und sich mehr ausgerechnet hat. Ja, das ist so. Die Rechnung ist einfach. Elf können auf dem Platz stehen, maximal 14 pro Spiel spielen. Und dann ist halt der ein oder andere prominenter Name auf der Bank oder sogar auf der Tribüne, was zu schlechten Laune führt. Und wir haben jetzt ein paar Namen für euch aufgelistet. Ja, und da hat es schon ein paar überraschende Namen, wie der von Marc Janko zum Beispiel, der gerade mal alle 54 Minuten im Schnitt spielt. Dann natürlich auch der talentierte Bötius, der auf 56 Minuten kommt. Der Bio hat bis jetzt überhaupt nicht richtig zum Zug gekommen, ähnlich wie der Fransson und der Hög. Die sind mit 51 bzw. 48 Minuten im Schnitt. Und auch Elio Nussi wurde gross angekündigt, weil sie im Transfer bis jetzt allerdings zu wenig spielt für seine Ansprüche. Aber man muss auch sagen, es ist ein schwieriger Job für Urs Fischer, alle bei Laune zu halten. Aber er hat schon zu wenig rotiert Anfang der Saison, muss man sagen. Du siehst einen sehr guten Treib im FC Basel. Die unsfriedene Spieler, wie fest? Das ist ein Faktor. Unsfriedene Spieler senken den Marktwert einer Mannschaft. Und das will man ja immer verhindern, wenn es irgendwie geht. Also Janko? Ja, natürlich ist der unsfrieden. Bei Urs Fischer hat zum Beispiel nach einem Match, das in Paris hätte der Sporart von Anfang an gespielt, wenn er vorher nicht krank gewesen wäre. Und das geht natürlich Janko nicht gerne. Das ist klar. Es ist auch ganz klar zu sagen, man kann nicht an Urs Fischer den Vorwurf machen, die Automatismen funktionieren nicht. Und dann gleichzeitig, wenn er 27 Spieler hat. Also du kannst ihm den Vorwurf machen, er die 27 Spieler nicht gleichmässig belasten, dann hast du aber nicht unbedingt ... Also das geht nicht auf. Du kannst nicht beides haben. Das geht einfach nicht. Für meinen Geschmack ist das Kader zu gross. Eindeutig. Wie einfach ist es, wenn du Nationalspieler bist, Fransson, Bertius und nicht spielst? Oder ein Bio, der kommt, dass ein Eiberieter überkommt, munkelt man halt und nach Basel sitzt auf der Bank? Ich denke, ganz schwierig. Also ich denke, es waren auch Spieler, die in dem früheren Klub Stammspieler waren. Superleistungen. Superleistungen, grosse Talente, Nazi-Spieler etc. Und dann kommst du zu Basel und dann musst du gewohnt sein, dass du vielleicht jedes zweite oder dritte Spiel nur spielst. Ich meine Höhe ist auch Nationalspiel. Es gibt unzählige Beispiele, das ist klar. Der Vorstand sagt immer, wenn man beim FCB unterschreibt, muss man sich dem bewusst sein. Wenn du über Bayern unterschreibst, ist genau das Gleiche. Aber trotzdem, das ist ja dann immer das Gefühl und es macht weh und es ist nicht einfach, das zu moderieren. Es ist wirklich nicht ... Also da ist ein gewisses Konfliktpotenzial rum. Es liegt am Tränen, das zu kanalisieren. Und zum Fischer noch nur einen Satz. Wir, auch wir Journalisten, ich nehme mich jetzt wirklich explizit mit Ihnen, wir verlangen immer Emotionen. Die Spieler müssen Emotionen zeigen. Als ich das vorhin mit dem Gabanas gesagt habe, Emotionen. Oder bei einem Trainer. Jetzt zeig dir mal eine Emotion, heisst es gleich wieder. Ja, das stimmt. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Wenn er es gesagt hat. Wenn du das sagst, halt mal etwas. Es ist Fußball. Explodieren für jeden irgendeinen ... Genau. Ich finde Emotionen ... Das wollen wir ja. Die Emotionen sind zu Feuer da. Und das Feuer werden wir schlussendlich bei Trainern und Spielern sehen. Die Ausgangslage vor dieser Partie geht es gegen uns. Ja, pass, jetzt haben wir Basel umgelassen, das Leckere. Ja, dann müssen wir unseren Gäzen gewinnen machen. Ja, richtig. Und ja, viel über die Mannschaft ... Wir jahren auf Niveau, das ist unfassbar. Auf dem Gäzen-Sieg. Jetzt haben wir die Mannschaften sehr gut analysiert. Wir schauen die Trainer an, die gegenüber. Einerseits Pielo Chitami, andererseits Urs Fischer. Wir haben hier eine freaky Grafik zusammengestellt. Der Stefan Eklisch war hier in Action, kann man sagen. Beide Trainer sind doch schon länger im Business. Da haben wir hier sicherlich mehr Erfahrung mit Fischer mit den grösseren Klubs, wo er gecoacht hat. Im Amt sind beide für heutige Verhältnisse ziemlich lang. Der Tami fährt schon zwei Jahre lang. Das sind schon Ewigkeiten im heutigen Fussball, wenn man in der Super League so den Schnitt anschaut. Der Punktenschnitt hat bis jetzt in der Saison kommt der Fischer natürlich die Nase vor. Aber europäisch sieht das doch etwas enger aus als bei Young Boys, wie man gesagt hat. Das ist ein grösses Thema. Bilanz Tami Fischer ist übrigens recht ausgeglichen. Zwei Sieg Tami, drei Sieg Fischer und zwei Remis. Aber der bessere Lohn bekommt doch deutlich den Coach. Urs Fischer, der Basel-Coach. Zwei Schweizer Trainer im Duell gibt es auch nicht so oft in der Super League. Da hat es schon viele ausländische Trainer im Moment. Also bei den letzten zehn Begegnungen sechs Mal Sieg. Basel dreimal GC. Das letzte Mal 1-3 in Basel. Die grosse Chance, dass ihr gewinnen könnt. Es steht eine Statistik auf dem Spiel. Fünf Heim sind. Interessiert. Ich denke, die Chancen sind gut. Wieso nicht? Also ich denke, wir spielen zu Hause. Klar, Basel ist Nummer eins. Das ist normal. Aber ich denke, wenn wir mit selbst dran auftreten, ist alles möglich. FC Basel würdest packen? Vor allem im Moment. In der Liga spielen sie nicht so gut. Und die Statistik bestätigt es auch. Sie haben fünfmal zu Hause gewonnen. Hier haben sie das Vertrauen. Nicht mehr vom Rohr. Ich bin total überrascht. Muss ich nicht mehr das letzte Wort haben. Ich lasse das gerne an dir. So. Ich gebe euch die Ping-Pong-Kamen weiter. Die erfahrenen Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, jetzt kommt das Spiel dahin. Wir spielen nicht Ping-Pong, weil man am Anfangsend gemerkt hat, grosse Klappen und beim Ping-Pong-Spielen eine absolute Miete. Haris Tabakowitsch in der Ping-Pong-Kammer wirklich sagen, der Chance ist tot. So. Ich stelle eine Behauptung auf, die sagen, ich habe ihn schon einmal oder ich habe ihn noch nie. Ich habe noch nie gedacht, der Fischer sei der Falsch, FZB-Trainer. Noch nie gedacht, er sei der Falsch? Ich hasse das. Das ist eine verdammt schwierige Frage. Ich habe noch nie gedacht, der Fischer sei der Falsch. Hast du schon einmal? Haris hat noch nie gedacht, er sei der Falsch? Diese Gedanken habe ich noch gar nicht gemacht. Ääääh. Klar. Klar. Noch nie habe ich jemandem absichtlich die falsche Telefonnummer gegeben. Ha! Bin ich der Einzige? Wir haben Verehrerinnen im Gegensatz zu dir. Wem gibt es die falsche? Ja. Irgendjemand, der mich irgendjemand vorstellt und dann fragte ich mich sofort. Wir haben Verehrerinnen. Gibst du die falsche? Schon lange habe ich es auch nicht mehr. Denen Spielrund nicht vertreten. Genau. Ich habe noch nie einen Polizisten angeschaut. Bonitlettsprittigen. Da habe ich einen Respekt. Soll ich die Frage erwähnen? Ich habe noch nie Online-Dating gemacht. Du hast es zuerst gelb gehabt. Nein, nein, nein. Ich muss es drehen. Nein, nein, nein. Wir sehen uns gut aus, wenn wir es richtig hätten. Ich habe noch nie Sex am Strand gehabt. Siehst du die Jungen, hey? Die Jungen. Jetzt aber Informationen. So, jetzt. Es wird der Ecke freundlich sein. Ferienbekanntschaft? Ja. One Night Stand? Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich habe noch nie gelogen in einer Fernsehsendung. Ja, geht dir. Nein. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Nein, wir sehen uns nicht. Ich könnte Maris jetzt die Lesen Fragen stellen über die Thematik des Geldes oder Trainer. Da müsstest du plötzlich lügen. Wir wollen schauen. Die nächste Runde der Reifers und Super League ist schon die 13. Hexankuläre Antwort. Ein Drittel ist vorbei. Man kann es kaum glauben. Die Zeit trennt. Ein Drittel der Saison ist durch. Darum schauen wir jetzt auf den 13. Spieltag, der ansteht. Samstag 4 vor 6 sind Sion gegen Lugano. Dann Gizzi gegen Basel. Das Game of the Week am 8. Der Sonntag fängt an mit zwei Spielen. Lausanne gegen Luzern und IB gegen Vaduz. Und das letzte Spiel St. Gallen gegen Thun am 4. Das gibt es gesehen auf sportalhd.com slash 360 player. fantasysuperleague.ch Das ist ein Spiel, das du auch machen könnt. 25 Millionen könnte ihr kassieren. Da seid ihr Sportchef. Könnt ihr bei Spielberatern wieder in der Landzone. Gute Spiele kaufen. Könnt ihr wie Marco Woltzschu das schlecht machen. Könnt ihr es besser machen auf fantasysuperleague.ch. Danke für den Besuch. Danke dir, ich habe Spaß gemacht. Sehr gerne. Das nächste Mal lassen wir den Stuhl frei. Ich bin immer schön links aussen. Ich komme immer von aussen, weisst du? Viel Erfolg beim Recherchieren, was letzte Freitagnacht passiert ist. Wir lesen es auf Twitter oder auf der Sportseite der Baselzeit. Haris, hol es rein, hol es um, dass der Trainer nicht um dich herumkommt. Und das mit dem Lügen in Sendungen testen wir bei anderen Gelegenheiten. Danke vielmals. Danke fürs Interesse. Morgen Mittag, wenn der UniHockey-Fans seid, machen wir neue Auslösungen für die vierte Finale, ab 4. ab 12. live. Bis dann, schönen Abend, tschüss. Wir heißen We Love Football und Allianz Versicherungen. We are pleased to settle down. Please choose settle down.